Moin moin, ich bin der Fifty und ich liebe Aufbauspiele. Allen voran Faktorio, die Züge, die Schaltungen, alles was man aufbauen kann, wie verrückt man werden kann, liebe ich über alles. Andere Spiele wie zum Beispiel RimWorld mag ich auch. Ich bin nicht so gut da drin, müsste ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit reinstecken und irgendwie scheut's mir davor, aber an sich schlägt mein Herz auch für RimWorld. Ansonsten spiele ich gerade mit der Joy Marlena Minecraft. Wir haben früher in Cosmo Tier versucht, eine Liga aufzubauen mit dem Lambdor. Ich spiele unheimlich gerne auch Diplomacy is not an Option. Die Zombies, die da in Masse raufkommen und die Strategie und die Wirtschaft, die da mit rein spielt. Super, super Dinge. Und Riftbreaker ist auch ein klasse Spiel, das ich gerne spiele. Kann man ein bisschen was exploiten, das finde ich ganz cool. Außerdem kläre ich unheimlich gerne über Kinky Stuff auf oder über Game Design. Ich rede gerne über Polyamore-Beziehungen oder was sich hinter SSC und Rack verbirgt. Also ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Deep Talk gibt's bei mir auch, wenn ihr Themen habt. Gerne einfach in den Chat kommen, mit mir quatschen. Und manchmal knallst er auch ein bisschen, aber ich glaube, am Ende können wir uns immer noch in die Augen schauen. Und hatten eine schöne Zeit zusammen, das ist mir das Wichtigste dabei. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen und danke für euren Support. Ohne die ganzen Leute, die regelmäßig reinschauen, die Subs da lassen, die Follows gönnen und, 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 und. Wäre das alles in der Form nicht möglich. Ohne euch hätte ich schon vor Jahren aufgegeben. Und mit euch habe ich das nicht. Und dafür möchte ich euch danken. Das war jetzt mein Kanal-Trailer. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier gibt's noch einen kleinen Trailer hinterher, der euch ein bisschen mehr zeigt, was ich so treibe. Moin Moin, ich bin der Fifty und ich mag nicht nur Züge. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Weg, weg. Oh. Was? Was bist du denn für einer? Okay.